Herzlich Willkommen, ich befinde mich hier am Potsdamer Platz im digitalen Lernzentrum von Facebook. Und was hier so alles geschieht, das seht ihr jetzt. Das digitale Lernzentrum eröffnete in 2017 in Berlin und hat einen Ort geschaffen, nicht nur für junge Facebooker. Menschen unterschiedlicher Herkunft und jenen Alters bekommen hier ihren individuellen Zugang zur digitalen Welt. Der Verein Wege aus der Einsamkeit TV bietet unter dem Motto, wir versilbern das Netz, Schulungen für Senioren zum Thema digitale Medien. Hier lernen Menschen über 65 das Einmaleins der Tablets und Smartphones. Nicht nur als Moderator seiner täglichen TV-Sendung das große Wunschkonzert erfüllt Maximilian Arland Wünsche. Auch als langjähriger Botschafter des Vereins Wege aus der Einsamkeit engagiert sich der Wahlbeliehner für den Wunsch der Senioren. Nach einem glücklichen und selbstbestimmten Leben im All. Maximilian, du bist Botschafter für Wege aus der Einsamkeit. Wie fühlt es sich für dich an? Das ist ein ganz, ganz besonderes Engagement für mich. Ich habe mir lange überlegt, für was engagiere ich mich. Mir geht es gut, ich habe einen tollen Beruf, ich bin sehr, sehr glücklich und ich wollte was zurückgeben. Und dann habe ich die Dagmar Hirsche kennengelernt, die sich für Senioren einsetzt, was in Deutschland fast niemand macht. Es gibt ein paar Seniorenvereine, aber sie hat so großartige Ideen und dabei wollte ich sie unterstützen. Und ich fühle mich toll dabei, weil erstens mal mit Senioren zusammenzuarbeiten oder sie zu treffen, das ist immer wie, als wenn man seine Großeltern trifft, da geht einem das Herz auf. Und ich weiß, ich mache auch was für mein eigenes Alter. Also ich sorge jetzt schon vor, weil wir werden alle nicht jünger. Wie sieht es denn aus bei dir in der Familie, deine Oma oder so? Ist sie auch Social Media unterwegs oder möchte sie auch so einen Kurs belegen? Ne, meine Oma ist richtig fit. Ich nenne sie immer die Insta-Oma. Die ist jetzt 88 Jahre alt, hat ihren eigenen Account bei Instagram, verfolgt jeden Tag meine Storys. Also sie ist immer bei mir, sie weiß genau, was ich mache. Ich muss immer aufpassen, was ich da so poste. Und auch WhatsApp, Facebook. Also sie ist topfit. Und ich bin richtig stolz auf meine Oma, weil so sind wir ganz toll miteinander verbunden. Jetzt wurde ja gerade ein Scheck übergeben. Von wem war der? Ja, der Scheck war vom Deutschen Musikfernsehen. Für die arbeite ich mittlerweile, moderiere dort Sendungen. Das sind ja auch Sendungen, hauptsächlich für ältere Menschen, die eben einsam zu Hause sind, die sich freuen, wenn ich da jeden Tag im Wohnzimmer vorbeischaue. Und ich versuche seit vielen Jahren schon Geld zu sammeln, weil der Verein braucht natürlich Geld, um solche Seminare zu organisieren, um wieder neue Ideen zu entwickeln. Und da ist es natürlich auch ein bisschen mein Job als Botschafter und Schirmherr, ein bisschen Geld einzusammeln. Deine Sendung heißt das Wunschkonzert. Da können auch Leute aktiv mit dabei sein? Richtig. Das große Wunschkonzert ist das, was es schon seit vielen Jahren eigentlich immer schon im Fernsehen gab. Und jetzt beim Deutschen Musikfernsehen, dass Leute andere Menschen grüßen können, dass Menschen... Entschuldigung, ich muss nochmal anfangen. Ja, das ist okay. Das stimmt ja gar nicht. Das müssen Sie nicht. Okay, noch einmal. Okay, das Wunschkonzert. Können da Leute auch aktiv mit dabei sein? Ja, das ist der Hintergedanke, dass sich Menschen ihre Lieblingsmusik wünschen können. Und zwar sind das teilweise nicht nur die aktuellsten Lieder, sondern Lieder aus den letzten Jahrzehnten, also von Ronny oder von Menschen, die es gar nicht mehr gibt. Also wir haben ganz, ganz viele Stars in unserer Sendung, die man aktuell im Fernsehen nicht mehr sieht bei anderen Fernsehsendern. Aber bei uns sind sie wieder zu sehen und zu hören. Die Flippers zum Beispiel. Aber auch Andrea Berg und Beatrice Egli oder eine Andrea Jürgens, die leider schon verstorben ist. Also bei uns in der Sendung können sich die Menschen wirklich alle großen Hits wünschen von allen großen Stars. Du bist jetzt Botschafter und dann machst du noch den zweiten Weg, Menschen aus der Einsamkeit zu bringen mit Wunschkonzert. Vielen Dank dafür. Sehr, sehr geil. Sie hat das Ganze ins Leben. Wege aus der Einsamkeit, der wunderbare Verein. Erzählen Sie mir, wie es dazu gekommen ist. Wir haben den Verein vor zwölf Jahren gegründet, weil das Thema Alter, demografischer Wandel unter meinem Herzen lag und vor allen Dingen, weil das Image vom Alter so negativ war. Und wir wollten das Image mal etwas positiver besetzen. Wir sitzen auf der rosaroten Wolke zum Thema Alter. Super. Und jetzt sind wir hier in den Facebook-Zentrale. Und wie kam es denn zu dieses Treffen hier? Facebook hat vor drei Jahren das digitale Lernzentrum hier in Berlin eröffnet. Und ich habe vor einigen Jahren einen Preis von Facebook für unsere Social-Media-Arbeit bekommen. Daher kannten die uns, was wir tun und haben uns gefragt, ob wir das Projekt Wir versilbern das Netz von Hamburg nach Berlin transferieren. Und da haben wir gesagt, wenn das finanziell unterstützt wird von Facebook, würden wir das machen. Und so schulen wir seit drei Jahren jeden Mittwoch hier in den Räumen von 10 bis 13 Uhr. Wir versilbern das Netz, das 1x1 der Tablet und Smartphones für Menschen 65 plus. Man muss 65 plus sein, aber es ist kostenfrei, weil wir gerne möchten, dass auch Menschen, die wenig Geld im Alter haben, an solchen Runden teilnehmen können. Und wie Sie sehen, früher waren wir mal zehn Leute. Das hat sich komplett geändert, weil viele Leute kommen schon seit drei Jahren und lieben es, sich hier mit anderen zu unterhalten, Spaß zu haben, was zu lernen. Und heute haben wir Google Map gelernt. Und diese rüstigen Damen und Herren, denen erfreut es auch, dass der Botschafter Maximilian Arland hier ist. Ja, das freut uns natürlich besonders, weil Maximilian Arland unterstützt uns ja seit 2011, also schon recht lange. Und er war schon mal hier und war sehr erstaunt, wie gut die Stimmung hier ist. Und wir haben uns sehr gefreut, dass er heute auch wieder gesagt hat, er möchte uns nochmal besuchen. Wie weit ist denn jetzt die Entwicklung von den Einzelnen? Oder ich frage mal selber dann einfach mal? Ja, genau. Einfach mal selber fragen. Die meisten geben bestimmt eine Antwort. Vielen Dank. Gut, gerne. Dankeschön. Und zum wieviel Mal nehmen Sie denn jetzt? Das zweite Mal bin ich jetzt hier. Ich habe durch Zufall davon erfahren. Und genau das habe ich gesucht. Genau das? Und was haben Sie denn schon gelernt beim ersten Mal? Beim ersten Mal alles Mögliche. Mir schwirrte der Kopf. Und heute ist nur das zweite Mal. Google Maps haben wir jetzt ausprobiert. Und ach, ganz viele Sachen. Das macht Spaß. Und diese Resonanz ist toll, ne? Ja, ja. Und viele Leute. Super, ja. Und Sie sind eifrig mit dem Handy unterwegs? Ja, immer. Ich habe es immer bei. Super, sehr schön. Danke. Wege aus der Einsamkeit. Der Verein, der sich engagiert für ein lebenswertes Leben im Alter. Da war es immer bei. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020